Der Döner Kebab ist das beliebteste Gericht in Deutschland. Im Schnitt werden sieben Döner pro Sekunde in Deutschland konsumiert und der Trend zum Döner scheint derzeit kein Ende zu finden. Seit über 30 Jahren stellt unser Familienunternehmen Sönmez hochwertigen Döner Kebab für den klassischen Verkauf her oder übernehmen das Catering für ihre Eventveranstaltung. Als Familienunternehmen ist es uns wichtig, Qualität zu bieten. Unser Dönerspieß wird von uns handgesteckt. Wir verfeinern unser Fleisch mit unserer hauseigenen Gewürzmischung, verwenden ausschließlich Putenfleisch aus bayerischer Aufzucht und ganz traditionell nur frische Zutaten für die Herstellung. Doch wie können ganz normale Haushalte, Kantinen und Metzgereien hochwertiges Dönerfleisch bekommen? Ganz einfach! Mit unserem neuesten Produkt Dönerfleisch für jedermann. Wir liefern Ihnen frisches, fertig geschnittenes und gewürztes Dönerfleisch, das nur noch in der Pfanne oder im Herd erwärmt werden muss. So erhalten Sie Qualität, sparen Arbeitszeit und natürlich versorgen wir Sie mit den notwendigen Zutaten wie unserer eigenen Gewürzmischung, Joghurtsauce mit oder ohne Knoblauch und natürlich Salat. Frischen Sönmez-Döner für alle! Mit unserem revolutionären Konzept können nun auch Metzgereien, Supermärkte oder Betriebskantinen unseren frischen Döner-Kebab anbieten. Ihre Vorteile sind Kein Fachpersonal Keine speziellen Küchengeräte Exakt genaue Portionierung und daher kein Ausschuss. Neugierig, wie auch Sie frischen Sönmez-Döner bei sich anbieten können? Melden Sie sich einfach unverbindlich bei uns. Wir beraten Sie gerne. Wir beraten Sie gerne.